du müsstest mal zu mir rüber kommen frag mich gerade warum hier der boden zu steil sein soll der was der boden ist zu steil steht hier warum ist hier der boden zu steil das ist die schräge du hast ihn so oder so falsch kannst du einen feiner setzen hier noch auf den mittelpunkt hier ja so dahinten muss er noch ein feiner bauen weil ich kann keinen mehr bauen noch ein stück weiter zu dir noch ein stück ja die gerätschaft verbinden ja du kannst zu tun so weiter haben wir jetzt jetzt können wir ja dann ja ich muss mit viel genau das material brauche ich jetzt für die feiner noch mehr feiner ich werde vertrauen kannst du mir auch erklären wohin ja das würde auch gehen aber du siehst ja meinen ne? siehst ja ja genau den sehe ich ja setz einfach mal so direkt da hin ja verbinde die mal kurz warte do nee 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 ok dann warte ö ö ö ö ö ö zoo so 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 Na Was? Was? Dann... dasselbe Was? Ja Sehr schön Den haben wir auch Wie genau war das? So? Äh, ja Und jetzt die selber Wand hinten noch Ja, genau So Das und das Dann jetzt noch hier Das und Na, wo ist er? Der ist zu weit weg Hier muss noch einen weiter Ja Gut Komm, jetzt brauchen wir im Moment Strom und Lager Ja Kannst du... Warte, ich glaube ich Lagercontainer kann nicht bauen Ich kann Lagercontainer bauen Wie sieht es aus mit Strom? Strom fehlt nur Beton für Hätte ich nur Ähm... Die Frage ist halt nur Wie bauen wir das auf mit dem Strom? So, das ist ja klar, das brauchen wir genauso wie die anderen Ist ja auch wieder mit zwei Platz, ne? Ja So? Ich würde auch direkt... Ja Dann das ganze hier nochmal Strom machen wir jetzt, ne? Strom machen wir gleich, ne? Ja Ich, äh, brauche noch mehr Eisenplatten Ähm, kann ich das noch bauen? Mal schauen, oder? Das ist ein Deckstück Drehen Ähm... So, ne? Ja Weiter rein Was? Weiter rein, du siehst die grüne Linie wieder, ne? Ja, die leuchtet bei mir, ach so Jetzt Genau Und oben drüber direkt Abstand war immer eins Ja Das war der Stuhl Ja Ja Hier nochmal So, dann gehe ich jetzt erstmal nochmal Beton holen, weil ich möchte auch noch was machen Ja, krass Und danach kommt das ganze hier hoch, ah ne, dann müssen wir noch die Fördermannanlagen da unten vernetzen Ach, kacke Ja, erstmal würde ich sagen, verbinden wir gerade die Lagercontainer oben drauf, die Dinger? Ja Und... Ja Auf jeden Fall nochmal ein Gealpads zum landen Ja, ich muss dann auch Ressourcen holen Also... So, ich verbinde jetzt, ich mach mal die, äh, ach fuck, ich brauche Platten Ja, ich brauche auch Eisenplatten, müssen wir bei uns in der Basis holen, ne? Ja So... Wo bist du? Ich geh zur Basis rüber Ja, wo bist denn du jetzt? Hättest du Ach, ich hab dich ja so überholt, ha Ah, du bist runtergesprungen Ja Ich hab die Treppe genommen Ja, noch kann ich, noch kann ich springen Ja So, dann, äh Eins Zwei Drei Vier Vier Komm, wir müssen hier um den Lagercontainer weg Wo? Jo Ähm Ich wüsste nicht, dass ich's abgerissen hab, aber... Ja gut Kann auch sein, dass das eventuell auf die Ferne passiert ist beim Abbau Ja Ja Hm, ähm, apropos Moven, soll ich uns machen? Äh, ja klar, wir rufen uns mal den Aufnahmechannel So, da wären wir Ach, ohne Sound? Hast du mal wieder keinen Sound? Ich hab da schon wieder keinen Sound gehabt Kann dir leider nichts sagen, wo dran ist? Das ist so komisch So, oben eingekommen Ähm Achja, wir haben ja unseren Lift noch Den hab ich jetzt nicht genutzt Ja, den Schaden nehmen So Du machst wieder die Aufhängung und nicht verbinden, oder? Jo Jo So Jetzt wieder einmal hochschauen Danach kümmern wir uns um Strom, würde ich sagen Und dann stellen wir das Final um Und machen die Bänder nach vorne, ne? Genau Und hier noch auf Verkehr für den Platten Platten So Dann wieder die 3 So Dann wieder die 3 So, den Kollegen haben wir auch So, dann, äh, Strom Praktisch ist, wir haben jetzt hier nur nur eine Platte Eine Maschine Genau Ja, zwei theoretisch Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir den Strom nach oben bekommen Ähm, irgendwo im Aufzugsschacht würde ich das immer mit einplanen, oder? Das, äh, wird ein bisschen schwierig Gerade mal hier im Treppenhaus Treppenhaus, kann man vergessen Reinkriegen wir den aber nicht wieder raus Hm Ähm Eins Ich mach den hier bei dem Landepad, ne? Ja Können wir später noch umbauen Was Besseres machen? So Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken Hier nochmal eine Platte wieder rein Und Jetzt hier unseren Stromverteiler Kannst du mal kurz Ähm Ach wohl, scheiß drauf Oder soll das Synchronen sein mit denen da unten? Mit denen da unten nicht Man kann ja nicht beide Etagen nebeneinander sehen, was du? Ja gut Oder kannst du seit neuestem durch Böden sehen? Mal decken Oder wenden Nein Ja, siehst du? Hm Zwei Drei Es ist genau um eins versetzt Oder? Nö Ich seh da hinten noch nicht mal was Okay, auch nicht verkehrt So Wart du ist auch schon verbunden, sehr schön Hast du mit unten schon verbunden? Ja Ja, ja Strom ist drauf ab So, dann Möchtest du das trotzdem Ich mach jetzt so, dass trotzdem jedes Warte mal Warte mal Schließen wir in der Mitte noch was an? Ne, ne? Äh Ne Okay, dann mach ich das so Die beiden kriegen einen Spurmaß Drumverbrauch ist übrigens ab und zu über 50% Radoma Ja Ja, ist ja noch okay Ja So So, jetzt warte mal Damit die jetzt auch noch schön angeschlossen werden Eins Zwei Drei Hier hinten müsste wieder einer hin Ich will die jetzt noch schön anschließen, jetzt alle Verbinden wir mal Ups Die hier nochmal Theoretisch was auch immer da hinten später noch dazukommt Ich muss mal kurz gucken, wo hab ich den gesetzt Da hinten würde ich Kupfer auch verarbeiten, ne? Ja Ähm, genau dazwischen hab ich den gesetzt, okay Das heißt wir hätten jetzt hier Platz Und hier so ein Ding Sprich Hier müsste der Strom aus irgendwo hin Hier hin Genau Und die können wir jetzt vorne einfach connecten Den kannst du auch hier in die Mitte direkt, ja dann ist der schon mit viel belegt Also Strom wär jetzt theoretisch doch Ja, wir müssen das noch alles, ja ne, erst wenn der verbraucht So, jetzt wollen wir, können wir hier noch einstellen Ähm, Beton macht der ja nur, ne? Genau Alle vier Ne, wie viel waren es? Ach 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 Ja, wie viel waren es insgesamt? Sechs, ne? Ja Wo fahren halt nur zwei laufen, ne? Jaja Ähm So, dann Das heißt wir können jetzt eine Etage runter gehen Genau So Wir können jetzt die Förderwende hier und planen, das heißt die ganze Wand nochmal einreißen und neu planen Helpen Viel Arbeit Ja Ähm Mal überlegen Ich gehe erstmal hin und unterbreche das da hinten, damit das Förderwand hier hinten noch leer laufen kann Ja Das weg, das weg, das weg, das auch weg So, da muss ich weiter Beziehungweise Machen wir den noch da hoch oder gehen wir den noch schon tiefer? Ne, ich mach das hier noch so Hier noch den Dreier Da noch den Dreier Da noch den Dreier So Einmal hier abreißen So Die Wand machen wir da vorne gleich auch nochmal Kannst du diese Wand hier ersetzen mit dem Zweier? Mit dem Zweierfenster Farbe gleich, ja? Ja, orange Was ist außen? Ja, mal so rum Und dasselbe dann einfach nochmal mit dem ganz hinten machen Mhm Welche Nummer hast du schon? Das ist einer Fenster wieder Ah Ja Ja Nein, andersrum Ja Das kannst du gut erkennen an den grauen, an den hellgrauen Flächen die gerade waren Das sind die gepunkteten hier unten im Stahl Und auch Fenster So Okay Und dann Hier nochmal so So Ein, zwei, drei Das heißt hier muss ich die wieder bauen Okay Gucken wir mal, ob das von der Länge passt Gucken wir mal, ob das von der Länge passt Hm Passt Okay Gut So Eins, zwei, drei Das heißt hier wieder Okay So Haben wir die auch Dann Äh Ach scheiße Wir müssen hinten noch was ändern Kannst du mal Ist ein Förderwand noch angeschlossen am Lager? An der jetzigen Lagerbox? Hab's abgerissen Hast du schon abgerissen? Schade Dann Dann Stell einfach mal kurz hier eine Lagerbox auf, provisurig Kann man alles aufsammeln drunter? Ja, okay, dann sammeln das einfach alles auf Ja, dann mach das doch nicht einfach so Hast du doch nicht alles? Ja 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 Nö, ich wollte es nur umständlich machen Gibt's gemerkt So Ähm Wo hab ich die Wände? Machen wir Ich baue die Maschine auch schon ab, ja? Ja Kannst du machen Kann ich jetzt noch setzen? Den Miner lasse ich noch stehen, ne? Also, beziehungsweise Eventuell brauchen wir den gar nicht abbreiten Den Miner kannst du noch da lassen, genau Eventuell müssen wir den gar nicht neu ausrichten Alter, wie das einfach aussieht mit den Förderbängern hier Gibt's halt schon geil, okay? Scheiße So, ähm Also, Leben hatten wir ja nicht, hatten wir gesagt Das ist wie wo? Hm Achso, Leben Nein, Leben Leben, ja Okay, nee, haben wir nicht, sowas kenn ich nicht So, dann Können wir das jetzt eigentlich schon verbinden, ne? Ja Gott, theoretisch müssen wir noch eine ganze Kalkproduktion weg, dann können wir die Förderbänder hier nochmal anpassen, ne? Ja 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 Ja, wir müssen das nach und nach jetzt spenden Den Miner entstelle aber noch gerade hin, ne? Ja, dann ändere ihn mal Ich mach immer das Inventar auf, warum? Auch immer So, Miner Ist er jetzt gerade? Hm, ja, was ist gerade, ne? Ich weiß nicht genau, wo du hingucken willst Mach ich schon ein Lager hinten Ich krieg den glaube ich nicht gerade Krieg den so oder so? Lass Na, nochmal zurück? Ja Mach mal so Ja, okay So, dann brauchen wir wieder die drei Unseren Brünnen Mast Na Das ist aber nicht gerade Egal Strom was im Weg Ne Ähm Kannst du kurz neu vernetzen? Ähm, warte, wir platten der, der hat vier vier Dräte machen Äh, eins, zwei, drei Mach du da mal da hinten die Verbindung, die lange So, zwei Ich hab noch neue E-Mail So So Hat man gerade einen Stromausfall? Nö, nö, die Dinger sind ja nicht im Betrieb So Ähm So Ähm So Drei Vier, okay Okay Den haben wir Mal gucken bis wohin jetzt? Irgendwo bis hier hinten hin Dann erstmal bis äh Hier hin Das ist ne Pistole Ja Die geht zum Cockpit Ich pisste auf die Gegner Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein Äh, ja Achso, darfst du ruhen doch So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt Klar Tanzverbot ist am Start Zawon Die Achterwanne geht so ab Die Stänze mit der Gänse Die Stänze mit dem 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 Untertitelung. BR 2018